In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man diese schwierigen Chips aus dem RAF neben dem Grün perfekt rausspielt. Also bleib dran, wir starten jetzt! Die Chips aus dem RAF, das ist so eine Sache, gehört sicherlich zu den schwersten Schlägen im Golf, wenn so eine Bürste hier rund ums Grün ist und der Ball liegt darin. Dann gibt es oft Riesenprobleme und das Hauptproblem ist eben, weil es so viel Widerstand gibt. Man macht einen Probeschwung und merkt schon beim Probeschwung, dass der Schläger quasi hängen bleibt und man tut sich sehr, sehr schwer einzuschätzen, wie der Ball rausgehen wird. Jetzt könnte ich dann zum Beispiel einen Probeschwung machen und könnte dann hier den Ball spielen und dann passiert es mir, dass ich hier zum Beispiel viel zu kurz bin und beim nächsten Loch, wenn ich dann wieder diese ähnliche Situation habe, dann gehe ich her und haut drauf und auf einmal geht der viel zu weit. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber man überschlägt das Grün und man ist komplett entsetzt und verunsichert und weiß gar nicht mehr, was man noch machen soll. So, und wie gehen wir jetzt an die Sache heran? Wir brauchen erstens einmal die Einstellung, dass wir den Ball nicht sauber treffen werden. Also ich versuche gar nicht, den Ball sauber zu treffen. Ich akzeptiere, dass da Gras rundherum ist und spekuliere bereits, dass ich mit diesem Gras spielen werde, aber dazu später. Das, was wir brauchen, sind hauptsächlich zwei Sachen. Wir brauchen eben eine richtige Geschwindigkeit und dann brauchen wir Loft. Loft im Schläger. Warum Loft? Weil wenn wir dann irgendwann einmal sehr stark auf den Ball drauf gehen, also sehr viel Energie verwenden, dann wollen wir nicht, dass der Ball weit geht, sondern wir wollen, dass er mehr in die Höhe geht und deswegen nimmt man einen Schläger mit mehr Loft. In dem Fall habe ich einen 60 Grad Wedge, aber man kann natürlich das auch mit einem ganz regulären Sand Wedge machen. Was ich dann auch mache, ist folgendes. Wenn ich mich hinstelle zum Ball, mache ich die Schlagfläche etwas auf und kreiere dadurch noch etwas mehr Loft und noch etwas entsteht. Durch das Öffnen der Schlagfläche bekomme ich so ein Bild, als ob das eine Rasierklinge wäre. Und ich möchte wirklich das Gefühl haben, als ob diese Rasierklinge hier die ganzen Grashalme so abhackt. Das heißt, ich versuche nicht, den Ball direkt zu treffen, wie ich vorhin eben erwähnt, sondern ich versuche, das Gras unterhalb des Balls abzuhacken. Das schaut dann so aus. Also, leicht offene Schlagfläche. Ich habe den Ball ungefähr in der Mitte meines Strands, den Brustkorb ein bisschen links, wie gewohnt. Der Schaft ist nicht stark nach vorne geneigt, nur ein klein wenig. Und jetzt versuche ich hier, das Gras unten abzuschneiden, unter dem Ball. Und du kannst vielleicht sehen hier, dass der Ball sehr hoch hinauskam und weich gelandet ist. Und das ist eben der Vorteil von einer offenen Schlagfläche. Er geht dann nicht so viel in die Weite, sondern mehr hinauf. Und es hält mir zumindest den Ball am Grün. Weiter interessant ist es auch, wie ich aushole. Und zwar, ich möchte nicht zu flach ausholen. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so aushole, dass die Hände einen großen Radius haben und flach den Boden entlang schwingen, wie hier, dann siehst du, bekomme ich so eine Form, als ob der Schlierkopf so ein U macht. Und das ist eben nicht günstig. Was günstig ist, ist es, dass ich, wenn ich jetzt hier einen Schwung mache, ich möglichst wenig Glas schneiden muss. Um das zu erreichen, muss der Schlierkopf schnell hinaufgehen, wieder rein, durchschneiden quasi und dann wieder rauf. Und das schaut dann eben aus, so wie ein V, mehr so wie ein V aus. Also es ist ein spitzerer Schwung. Und wie erreiche ich das? Das erreiche ich dann, wenn ich versuche, das Griffende nicht zu stark nach rechts zu bewegen, sondern eher hier zu lassen, wo es war. Ich meine, es wird schon ein bisschen nach rechts gehen, aber nicht viel. Und ich habe mehr, mehr den Schläger hebe. Das heißt, ich lasse das Griffende mehr oder weniger da, wo es da ist und fange an zu heben. Und durch das wird der Aufschwung sehr spitz und sehr steil. Und ich kann hier steiler und direkter auf den Ball gehen und kann dann versuchen, eben das Gras zu schneiden. Das Ganze schaut dann eben so aus. Das heißt, das Griffende bleibt circa da, wo es ist. Ich hebe den Schläger steil hoch und schneide das Gras durch. So, und das ist mir sogar fast perfekt gelungen. Ein bisschen kurz vielleicht. Aber ich war sehr, sehr gut mit dem Kontakt. Und mit dem könnte ich auf alle Fälle leben. Sprechen wir nochmal über den Widerstand und über die Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt in so einen Rauf gehe, dann mache ich immer Probeschwünge. Das heißt, ich möchte testen, vorher schon, wie ist die Beschaffenheit dieses Grases. Ist das sehr ruppig, bleibt der Schläger verstecken oder kann ich hier schön durchgleiten. Je mehr Widerstand ist, das heißt, desto mehr Energie brauche ich. Und ich versuche mir bei jedem dieser Schwinge vorzustellen, wie der Ball rausgehen würde. Wie der langsam rausgeht oder schnell rausgehen. Jetzt zum Beispiel, glaube ich, habe ich die richtige Dosierung gefunden. Und jetzt versuche ich das mal aus. Und jetzt sehe ich, aha, ich bin zu kurz. Dann weiß ich beim nächsten Versuch, wenn ich eine ähnliche Situation habe, auf einem ähnlichen Gras, dass ich etwas weiter ausholen muss. Und so kann man mit der Zeit ein Gefühl bekommen für die verschiedenen Grasorten, für die verschiedenen Situationen und für die verschiedenen Lagen des Balles. Ist hier keine einfache Sache. Und das ist auch etwas, wo Profigolfer sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren. Ich möchte dir noch einen kleinen Bonus-Tipp geben. Und zwar, wenn du jetzt hier auf einer Stelle bist und deine Probeschwinge machst, mach nicht die ganze Zeit auf derselben Stelle Schwünge, weil das Gras wird immer leichter und das Schläge geht immer leichter durch. Beginne vielleicht ungefähr eine Stelle zu finden, die diese des Balles repräsentiert. Und das wäre zum Beispiel, wenn ich hier den Ball hier liegen sehe, nicht dieses Gras hier, sondern eher dieses Gras hier. Und ich mache mal hier einen Probeschwung. Und dann mache ich vielleicht hier drüben einen Probeschwung. Ich suche quasi Gras-Sorten oder Gras-Arten, wo das sehr, sehr ähnlich ist wie die, wo mein Ball liegt. Und dann erst schlage ich den Ball. Versuchen wir es noch einmal. Schauen wir mal, ob ich etwas gelernt habe. Okay. Ja, so 2,5 Meter von der Fahne weg, nicht so schlecht. Und übrigens, wenn Hobbygolfer aus solchen Lagen immer aufs Grün kommen, dann verspreche ich dir, dass du deinen Score definitiv reduzieren wirst. Weil ich überlege mal, wie oft du auf einer Runde hängen bleibst oder drüber schlägst und dadurch deinen Score verhaust. So, nachdem du jetzt hoffentlich der Meister aus dem Raft bist, würde ich dich bitten, dieses Video als nächstes anzusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.